Hallihallo, habe die Ehre und willkommen zurück zu DOOM! Wir haben ja aufgehört, das letzte Mal, mit unseren Waffen-Mods, die wir schon haben. Die zweite Knache, die wir haben, sind hier zur Hälfte des Levels durch. Kicken jetzt mal weiter, ne? Da war doch irgendwo dieses Krabbelding. Ach, das war den. Ah, den haben wir vorhin schon. Den haben wir im letzten Video schon gekillt. Munition ist immer ein bisschen knapp. Ich muss öfters wahrscheinlich mit der Säge arbeiten. Aber ich sehe nirgendwo, wie viel Mumpel meine Säge hat. Okay, alles durchschauen. Wenn's grün ist, war ich da schon... Ja, dieser Vorsprung hier. Kann ich hier irgendwie... Okay. Ich habe jetzt überlegt, ob ich mir dann einen Punkt setzen kann. Weißt du? Warte. Hallo. Ah, es hat schon echt geil gemacht. Kann man echt nicht sagen. Er ist auch am Kämpfen. Also... Ich kann jetzt auch nicht unbedingt zwingend über 60 FPS. Ja, doch. Okay, kommt immer noch an. Dafür spiel's aufs... Ultra-Ultra. Ihr seht ja auch über 60 FPS. Also... Ich weiß, das machst du so schnell. Okay. Ah, da geht's. Das ist eine Self-Watschen, oder wie nennt man das dann? Ich weiß nicht so geplant, aber... Tschüssi. Oi, was liegt denn da? Was läuft denn da? Okay. I don't wanna meet you. Au! Er kann fliegen. So. Einmal looky-look. Da gibt's Leben. Dann hämmern wir uns nochmal hier durch. Nehmen den mit. Was bist denn du? Müllsack. Äh, zauber. Hä? Okay, da kommt schon die erste Kletterwand. Ja. Simple as fuck. Komm hier hoch. Nein. Ist nicht angedacht. Geh weg kann. Ja. Servus. Ach so, gelbe Karten für... Ah ja. Hier durch. Normales. Wäre hier was gewesen... Ah. Oh, schade. Wäre hier was gewesen? Nö, nö. Glauben wir nicht. War noch einer? Keiner? Fahrtamogam. U-Bahn. Zug fahren. Juhu. Da muss ich auch Munition sparen. Wow. Allgemein wenig Munition. Darf ich mal kurz? Dankeschön. Oh, das war jetzt dumm. Ah, das war jetzt auch dumm. Hätte ich mir holen sollen. Ich muss nur den richtigen Moment abwachen. Du guck. Ja, was ist das hier? Ah, da kommen wir nicht dahinter, oder? Schade. Oh, hier kommen wir hin. Ein bisschen Geld. Oh. 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 Die Säuberung der Erde ist ein wichtiger Schritt auf den Weg in ein strahlenderes Mord. Nein. Ja, okay. Wie man es sehen will. Oh Gott. Ach komm, ich hab doch... Dann hat er noch gefühlt relativ wenig Leben... Äh, Munition... ...dabei. Gibt's hier noch was Schönes? Nichts? Es schaut jetzt ja mal gar nicht so gesund aus. Wie? Nein, ich schieße nicht drauf. Verquatschel krieg's einer von mir. Der gibt's sechs. Präzisionsbolzen. Ah, das ist schon... Mikroraketen. Nö. Definitiv Präzisionsbolzen. Dankeschön. Spülegranate. Musik. Risik funktioniert. Ähm, what? Mahlzeit. Nein, ich vergesse dich nicht. Keine Pan. Wo ist? Wo kommst du denn du jetzt her? Oh, und hier. Oh, der hat sich gleich komplett zerfetzt. Wo noch? Dankeschön, ich schieße mich. Komm her. Ich möchte jetzt hier eigentlich ungerunterspringen. Komm hier wieder hoch. Tue ich. Okay, dann zerlegen wir erst mehr alles. Okay, war doch klug. Das ist ja ungulich, wenn man sich da eine Granny hinschmeißt. Fuck, okay. Probieren wir nochmal unser System. Na, na, jetzt fällt dir nichts mehr ein, du alter Mongo. Alter, der ist jetzt schon echt drauf. Es ist halt einfach toll. Ich kann dir gar nichts mehr dazu sagen, außer das ist toll. Nochmal einer. Ah, ein bisschen entzerren, sofern möglich. Ich hab die falsche Stasse gedrückt. Auf G ist halt eigentlich eine Granate, ne? Sehr, oh. Diese Finisher-Moves sind halt schon echt... ...und ich hab 18 Schaden allein, eins und wie ich. Nicht ohne, ne? Äh. Da. Hier muss es doch irgendwas geben, oder? Ich hatte ja einfach so einladen aus. Alles durchsucht. Munition haben wir alles. Ja. Und da warten wir noch über uns. Ja. Das ist halt hier so fucking leise, aber echt die Umgebung. Einfach die ganze, das ganze Ambiente. Wenn wir hier von Ambiente sprechen, lauf. Die UFC dankt Ihnen vielmals für Ihre Unterstützung während dieser Übergangsphase. Ihr Leiden inspiriert uns ohne Unterlass. In diesem Sinne, bevor es ins nächste Gemetzel losgeht. Da sag ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like da, ein Kommentar, ein Abo, was auch immer ihr wollt. Kritik oder auch nichts. Oder auch positives. Positive Kritik nennt man sowas. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, habe die Ehre. 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 Bis dahin, habe die Ehre.